Passend zu dieser Geschichte noch eine kleine Geschichte, ein Fundstück der Kollegen von krautreporter.de. Es geht da um Sven Latteier, der fährt Bus in Erlangen, Linienbus. Und als da heute, nicht heute, sondern in den letzten Tagen 15 Asylbewerber eingestiegen sind mit ihren zwei Betreuern und Richtung Schwimmbad fuhren, da griff er sich das Mikrofon und sagte auf Englisch, I have an important message for people from the whole world in this bus. Welcome. Ich habe eine wichtige Nachricht für alle Menschen aus der ganzen Welt in diesem Bus. Willkommen. Willkommen in Deutschland. Willkommen in meinem Land. Haben Sie einen schönen Tag. Es kann manchmal so einfach sein. Hier noch einmal Nachrichten aus der realen Welt.